Brommi Big Brother war für mich, ja, doch, wäre doch geil gewesen, wenn du es gemacht hättest. Und ich habe es gemacht und es war auch echt geil. Und die sind auch sehr sympathisch da, also Ende Mohl Schein, die das betreuen. Auch der Rainer Lauchs, ich habe bei dem Chef gepennt in seinem Haus im Hahnwald in Köln. Und normal wirst du ja mit dem Arsch nicht angeguckt, wenn du gehst. Du schon, keine Sorge, die wissen wir. Der weiß, warum er dir sein Bett angeboten hat in seiner Privatvilla.